Boah Leute, der Artikel ist der Knaller. Passt auf, Fokus. Moin, ich grüße euch erstmal. Restaurant greift durch. Wer nicht aufisst, muss hier Strafe zahlen. Und es wird noch besser. Wartet mal ab. Dass die Augen größer sind als der Magen, kann bei gutem Essen im Asia-Restaurant schon mal vorkommen. Vor allem bei All-You-Can-Eat-Angeboten. Doch Restaurants in Niedersachsen wollen Lebensmittelverschwendung jetzt den Kampf ansagen und verlangen ein Bußgeld fürs Nicht-Auf-Essen. Ihr habt richtig gehört. Man ist Kunde irgendwo, sagt, ja, ich mache All-You-Can-Eat, hol mir vielleicht den zweiten, dann noch den dritten Teller mit ein bisschen was Leckerem drauf, setze mich da hin und dann, oh, nee, schaffe ich nicht mehr, bin jetzt doch satt, habe mich ein bisschen überschätzt. Und keine Frage, das ist natürlich nicht in Ordnung, muss man ganz klar sagen, dass man immer, das kennt man aus dem Urlaub, da bin ich meist so Buffet-mäßig ja dann auch unterwegs und sehe das ja dann, dass es dann Leute gibt, die machen sich den Teller wirklich so ekelhaft voll, da fällt ja alles runter, wenn du es mit der Gabel aufnimmst, also wirklich ganz komische Kandidaten. Wo ist das Problem? Zweites, drittes, viertes oder vom sechsten Mal aufzustehen und zu sagen, ja, ich hatte jetzt zwei, drei kleine Teller, hol mir aber noch einen vierten oder einen fünften. Das kriegen einige Leute nicht hin, vielleicht ist es ihnen peinlich, dass sie so oft dann da hingehen und die Leute gucken, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen, ich verhalte mich da, muss ich für mich persönlich sagen, ganz klar anders. So, aber jetzt auf den Punkt hier drauf zurück, geht es nämlich hier weiter, das Restaurant Fang in Rauderfehn, Landkreis Leer, also Richtung Nordsee oben, Grüße gehen raus an alle, die da herkommen, schreibt es mal rein, verlangt künftig 10 Euro Bußgeld von seinen Kunden, wenn sie ihren Teller beim All-You-Can-D-Buffet nicht anrühren. Zitat, lieber öfter auftun als verschwenden, steht auf den neuen Schildern an den Tischen. Ein weiteres am Eingang weist auf die Vertragsstrafe hin, das ist total geil, sowas gibt es nur in Deutschland, ne? Und jetzt kommt es, jetzt wird es noch viel besser, pass auf. Dem NDR sagt der Restaurantmanager, sieh je, dass er es nicht darum gehe, Geld zu machen, sondern Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Bisher würden die Angestellten jeden Monat Essen im Wert von 2000 bis 3000 Euro wegschmeißen. Das ist wirklich echt viel, also das finde ich auch wirklich unangenehm. Aber jetzt kommt es, pass auf, wenn sie von ihrem Teller probieren, bekommen Gäste um die Strafe herum, wer sich weigere, müsse blechen oder bekommt Ausverbot. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Was hier abgeht, wisst ihr, also die letzten drei Jahre in diesem Land waren einfach Realsatire für Erwachsene, wie man so schön sagt, das ist wirklich ein neues Level, was hier erreicht wird, ist nicht mehr zu toppen. Also in jedem normal denkenden Land würde kein Kunde mehr in solch ein Restaurant gehen und würde denen den Vogel zeigen. Aber in Deutschland, ich wette, die haben keine Probleme. Da werden die sogar noch neue Kunden mitgewinnen, bin ich fest von überzeugt. Schreibt mal rein, wie ihr das einschätzt. Bis zum nächsten und ciao.